Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Neue Handelswoche, neues Glück. Letzte Woche war beschissen, diese Woche wird es auf jeden Fall deutlich, deutlich besser. Bitcoin bei 37.140 US-Dollar. Wir haben einen beschissenen Daily Close bekommen. Wir haben gestern darüber gesprochen, die Marke von 37.350 US-Dollar sollte locker überboten werden für eine bullische Woche, für einen bullischen Tag. Und so ist es nicht gekommen. Wir sind knapp daran gescheitert. Wir haben zwar gestern noch einen Impuls bekommen, auch Volumentechnisch ist da gestern noch mal ordentlich was reingekommen. Aber ob das jetzt wirklich reicht, um auf die 40.000 US-Dollar hinzukommen, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale. Kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung bzw. in der Kommentarspalte angepinnt. So, und dann gehen wir aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin ist momentan bei 37.120 US-Dollar. Ihr seht hier, wir haben die Ineffizienzen aufgefüllt. Wir sind ins Golden Pocket reingekommen mit eben diesem Impuls. Gestern oder heute Nacht noch mal schönes Handelsvolumen reingekommen. Wir haben es aber nicht geschafft, ein höheres Hoch zu bilden. Und jetzt kommt eben dieser Negativpunkt, auf den ich hinaus wollte. Auf Daily-Sicht sieht das Ganze immer mehr einem Head-and-Shoulders-Chart-Pattern aus. Also wir müssen hier extrem vorsichtig sein jetzt mit Wünschen auf Richtung 40.000 US-Dollar. Wir hatten letzte Woche extrem hoch gepushte Stockmärkte, die vorbörslich jetzt hier auch leicht im Minus sind. Also es gilt extreme Vorsicht jetzt zu bewahren, dass wir jetzt nicht hier komplett geisteskrank jetzt Richtung 40 oder 48k spekulieren. Es gilt jetzt erst einmal, wir brauchen ein höheres Hoch. Das heißt, wir müssen jetzt mal mit einem 4-Stunden-Close auf jeden Fall über die Marke von 37.370 US-Dollar rüberkommen. Und als nächstes dann unser Hoch bei 37.850 US-Dollar überwinden. Erst wenn wir diese Preisbereiche nicht nur auf den 4-Stunden-Sondern auch auf den Daily durchbrechen, dann sieht das Ganze wieder positiv aus. Die andere positive Sache, die man noch dazu sagen muss, Weekly-technisch sieht es Bombe aus. Wir sind über unserem Rising Reg. Wir haben Wikiclose davor wieder mit einem höheren Hoch, auf Schlusskurs zumindest, getroffen. Der Docht hier oben, ja, könnte ein bisschen negativ sein, aber gut, lassen wir es erstmal so stehen. Grundsätzlich befinden wir uns über dem Rising Wedge und das ist erst einmal ein positiver Faktor. Gehen wir in den 4-Stunden-Timefilm rein, wie sieht es dort aus? Wie gesagt, Golden Pocket wurde durchdrungen, wir sind bis auf 0,786 hochgekommen. Das war ja gestern so das bullischste Ziel, wo ich gestern dazu gesagt habe, was noch möglich wäre. Da sind wir jetzt auch hingekommen. Momentan stabilisieren wir uns hier am 4-Stunden-Timeframe im Golden Pocket. Sieht ganz gut aus. Trotzdem, diese impulsive Bewegung könnte zumindest nochmal dazu führen, dass wir Richtung 0,366 bzw. hier dieses letzte Hoch bei 0,36850 noch einmal attackieren und von hier aus dann nach oben hin pushen. Man kann auch dazu sagen, möglicherweise, die ganzen News sind auch deswegen passiert, weil pro Bitcoin Javier Milley gewinnt Präsidentschaftswahlen in Argentinien. War ja schon die ganze Zeit ein bisschen Welle gemacht. Ja, er ist ja pro Bitcoin und auch gute Werbung für Bitcoin gemacht. Also auch das hat natürlich zu diesem Pump geführt. Ist natürlich sehr, sehr geil. Ist möglicherweise Argentinien das nächste Land nach El Salvador, was Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Eure Meinung würde mich da brennend interessieren auf jeden Fall. Und lest euch natürlich auch diesen Artikel durch. Könnte auch zu diesem Pump mitgeführt haben. Also man muss wirklich vorsichtig sein, vor allem bei so News Pumps. Und wenn wir jetzt mal das Volumen so ein bisschen vergleichen, nur mal so, guckt mal diese Kerze an, wo dieser Impuls nach oben kam, in Richtung knapp 38.000 US-Zoll und guckt euch jetzt mal diese Kerze an. Also da ist nicht wirklich viel Volumen drin. Und normalerweise werden diese Pumps am Montag oder zumindest diese Pumps am Wochenende am Montag dann früher oder später wieder aufgeholt bzw. aufgefüllt. Gehen wir mal rüber zu Traders Reality. Dafür muss ich aber ganz kurz mal Trading View laden. Keine Ahnung warum, der immer manchmal spackt. Aber gut, ist auch nicht so wichtig. Da sehen wir auch, wir haben zwei Vector Candles genau in diesem Preisbereich, wo ich eben gerade darüber gesprochen habe. Diese Bereiche hier um 36.600 bis knapp 36.800. Diesen sollten wir mal im Auge behalten. Wäre dann wieder mal ein Retest unseres Rising Wedge auf Daily-Sicht bzw. auf Weekly-Sicht mal im Blick behalten. Und unser FIP-Level, wenn wir uns das auch mal da reinziehen, sehen wir auch 0786er und Golden Pocket liegt da auch. Also dieser Preisbereich ist heute ganz entscheidend für möglicherweise, um eine Long-Position zu eröffnen. Von hier aus mit relativ eng Stop-Loss. Da können wir zwei Entries machen. Ganz einfach, Golden Pocket 0786er. Stop-Loss dann unter dem Tief. Das wären so 0,75%. Wäre absolut human, um dann möglicherweise eben diesen Push nach oben hin noch in Richtung Montag mitzunehmen. Müssen aber auch gucken, was machen die US-amerikanischen Börsen. Wie gesagt, eine sehr, sehr ruhige Woche. Donnerstag ist Thanksgiving. Freitag wird sowieso nicht wirklich viel passieren, bis auf Black Friday. Also müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Ansonsten ganz, ganz kleine Timeframes. Einstunden-Timeframe. Gleiches Spiel. Diese Preismarke ist heute extrem entscheidend. Also dieser Preisbereich zwischen 36.6 und 36.800 US-Dollar wäre Long-Option. Und dann Richtung 40.000 US-Dollar zu gehen, wenn wir mal ein 4-Stunden-Close über 37.350 US-Dollar schaffen. Gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus? Hier war weiterhin unser Preisziel hier oben das Golden Pocket. Wir bewegen uns langsam in diesen Bereich da rein. Auch hier muss man sagen, Erholungsphase, nachdem wir hier weiterhin diese übergeordnete, auf dem 4-Stunden-Timeframe sieht es was besser, übergeordnete Seitwärtsphase hier haben. Grüne Box wurde gefüllt. Wir sind unter oder beziehungsweise an unsere Zielmark rangekommen. Wer sich noch daran erinnern kann, wir haben gesagt, hier unten dieser Preisbereich 1.905, wo eben diese ganze Liquidität liegt, die durch diesen impulsiven Move kam. Und das habe ich gleich am Anfang wieder gesagt. Das ist das gleiche Spiel wie bei XRP. Was alles so enorm stark steigt innerhalb von Stunden, kommt früher oder später wieder zum Anfang zurück. Hier ging es jetzt innerhalb von knapp einer Woche, dass wir wieder zum Ursprung zurückgekehrt sind. Bei XRP war es damals ein übelst krasser Pump. Da dauert es immer 3-6 Wochen circa. Ethereum ging jetzt etwas schneller. Preisziel erreicht. Wir haben die Liquidität darunter aufgeholt. Sehr, sehr geil. Und von hier aus jetzt das erste Mal nach oben. Wichtiger nächster Widerstand liegt dann hier oben bei den 2033 bis knapp, ich sage jetzt mal 2056. Golden Pocket 0,786er plus hier oben auch noch eine kleine Ineffizienz plus Supplyzone hier in diesem Preisbereich. Also das sind diese Bereiche, die wir jetzt auf jeden Fall im Blick behalten müssen hier oben. Sollten wir hier oben rejected werden, ist es nicht wirklich schlimm erst einmal, weil wir dann immer noch ein höheres Tief bilden könnten. Short würde ich hier nicht reingehen. Ich würde hier eher abwarten, dass wir ein höheres Tief bilden und von hier aus dann im Endeffekt diesen Move hier nach unten machen und dann die Reise nach oben hin fortsetzen. Also ich bin auch hier weiterhin grundsätzlich Bullish. Daily Close können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Hat hier wenig Aussagekraft. Man muss hier echt sagen, Ethereum fällt ein bisschen hinter Bitcoin zurück. Ansonsten kurzfristiger Downtrend, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, ist hier derzeit enttankt. Auch hier müssen wir auf Daily Sicht erst einmal drüber kommen. Würde aber passen, wenn wir über das Golden Pocket drüber gehen, beziehungsweise 0786er wäre dann auch hier der perfekte Support-Bereich noch mal beziehungsweise noch einmal als Unterstützungsbereich mit einem höheren Tief zu testen. Längerfristig, da müssen wir jetzt erst einmal noch abwarten. Ansonsten das Wichtigste ist gefüllt, Pump gefüllt, Ineffizienz gefüllt, Liquidität geholt, grüne Box hat gehalten. Wir befinden uns in der Seitwärts-Range. Also auch hier ist alles noch im Stabilen. Noch kein Korrektur-Modus angesagt, aber wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall hier durchs Golden Pocket beziehungsweise durchs 0786er auf jeden Fall durchkommen. Jetzt natürlich eure Meinung. Was sagt ihr zu dieser Woche? Denkt ihr, wir werden bullish sein? Denkt ihr, wir werden bearish sein? Oder es wird eine absolut langweilige Woche durch Black Friday und Thanksgiving, was in den USA herrscht? Schreibt es gerne mal in die Kommentare unten rein. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns später zu einem Altcoin-Video wieder. Like auf jeden Fall da lassen, Abo da laschen und damit wünsche ich euch einen schönen Wochenstart und lasst es euch gut gehen. Und ja, bis später. Ciao, ciao und wie immer, stay cool.